So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur Universum. Wir befinden uns aktuell in Folge 2 der Saison 6, die Mitte März gestartet ist bei uns. Ich versuche diesmal ein bisschen kleiner die Zivilisation zu halten, dass... Oh, mal ganz kurz schauen. Wo ist das andere Kind? Dass wir vielleicht ein bisschen schneller die ganze Entwicklung hinbekommen. So, Angeln wird gerade erforscht. Hey, im Archiv brauchen wir eigentlich noch niemanden, oder? Was hast du? Ah, schwach. Gott, hier kommt ein Wolf, das... Schau mal an all diese Farben. Ist nicht Fall schön? Jepst? Wird Jepst? Scheiße. Jepst hat begonnen. Baut mal schnell ein Wirtshaus. Gucken, gibt es noch was Neues? Hm, nein. Wir warten auf die Angelhütte. Tempel, Wirtshaus. Steine und Holz sind da. Hier hinten ist ein Wolf, pass auf. Geh da nicht so nah ran. Hier wird schon wieder Liebe gemacht. Sehr gut. Angeln. Jawohl, ja. Produktion. Ah, alles zu nah an den Gebäuden. Fisch wird auf die Lebensmittlung gebraucht. Aber nicht vergessen, dass die Läge in den Winter frieren. Ich kann nicht sagen, ich bin ein Fan von Nugget-Delikasien, aber es sollte sich jeder relativ gesund und glücklich halten. Sie sehen, dass sie ein paar interessantes Lieferungen verbrechen, doch. Können eigentlich mal... Hm, Entschuldigung. Du bist sicher, dass Nuggets für dich entwickelt werden, um Arbeit zu machen, richtig? Also, warum hast du sie nicht anzubildenden? Oh mein, ich hoffe, dass du die Nuggets, wie zu schwimmen. So, priorisieren. Erstmal ein. Ähm, wie sieht's aus? Du, bist immer noch nicht erwachsen. Da, da, da. Wir können bald für ein wenig Liebe sorgen. Dich werden wir gleich verkuppeln mit Mal gucken, wer als erstes erwachsen wird. Da, 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 da. Ach, hier arbeitet ja auch noch niemand drin. Komm, Melly. Du isst gern. Gut, komm, dann. Elolo. Schwach. Na gut, komm. Verkuppelt. Äh, was war das nochmal? Immun. Immun wäre natürlich eigentlich eine geile Kombi gewesen. Oh, hier ist schon wieder Post. Moment, langsam. Ich finde meinen verlorenen Nugget nicht. Verlorener Nugget Blablabla Finde Tito Tee. Okay, ich bin dabei. Pause. Tito Tee. Tito Tee gehört glaube noch nicht zum meiner Truppe. So, der wird uns einfach mal einverleibt hier. Gucken wir mal Tito Tee. Habe ich mich verlesen? Noch mal kurz schauen. Äh, Babyboy Tito Tee. Abendessen. Feuer stellen. Mal schauen, ob wir Tito Tee finden. Oh, weil wir können ja laufen lassen. Wir haben schon Wasserreserven angelegt. Tito Tee, wir müssen dich retten. Mammut. Mammut. Ach stimmt, Tito Tee gehört ja noch nicht zu den Erwachsenen. Äh, shit. Da werden wir ja nur der Erwachsenen angezeigt. Ich höre Wölfe. Kleiner Mann, wo bist du? Nachrichten. Die erste Schnee des Winter hat fallen. Ich hoffe, du hast ein schönes Paar von fuzzigen Schnappern. Nachrichten. Nachrichten. Tito Tee. Gläubige. Was schief. Gläubige, gläubige. Nichts. Ach Mist. oh scheiße jetzt im winter suchen füchse da ist ein fuchs nichts so weit kann doch der kleine nicht gerannt sein scheiße ok nochmal zurück zu unserer zivilisation da drüben kalvani da 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 ich glaube diesmal werden wir den kleinen nicht finden ne das sind alles arbeiter eine minute noch moment jetzt können wir doch pause machen tito die bist du jetzt zufällig groß geworden ne da 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 warum muss ich gerade im winter suchen ne 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 Mist. Mist. Verdammt. Gott. Stonemelie. Ich guck mal kurz, wer in welchen Hütten wohnt. Die Todi. Machen wir es halt so. Ach, da hinten. Oh Gott, die Wölfe. Wir retten dich, kleiner Mann. So, dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. So, jetzt bringen wir dich zu deiner Mutti zurück. Ja, so. Jetzt bloß nicht fallen lassen. So. Bitte sehr. Huiuiui. Glück gehabt. Ah, Nugget haben wir gefunden. Fischerei. Dann würde ich sagen. Stick Willy, du wirst Angler. Ja. Eher würde ich sagen. Sie. Ingenieure. 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 In die Gebäude. In die Gebäude, die sie konstruieren. Und jetzt. Ihr lasst sie alle verschwinden. Tisk. Tisk. Stimmt. Ingenieure. Schutz. Wir heilen erstmal das Gebäude. Hatten wir Ingenieure? Nein. Erlernen wir gerade. Gut, gut, gut. Oh, jetzt kommt ich langsam wieder. In die Fridulie. Wasserreservoir. Wie sieht's aus? Ist noch was da? In Park. Macht die Leute glücklicher. Kostet Bretter und St... ...und... 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 Ich habe keine Fridulie. Was soll denn das? Ähm... Machen wir einfach mal noch ein Wasserreservoir hin. Und zwar... Hier drüben. Gut. Ich bin zufrieden. Jetzt können wir eventuell nochmal gucken. Wer verkuppelt werden kann. Wie sieht's bei dir aus? Ah ja, von mir aus. Los. Sonst noch jemand? Neun Erwachsene. Da müsste doch noch einer über sein. Oh, da hinten. Mädel? Nix. Schade. So. Was bist du? Ich finde dich nicht. Da hinten. Ah, wieder verfressen. Ah, wieder verfressen. Und da hinten... Was bist du? Ich habe wieder so... ...extrem viele Mädels. Was? Je mehr Mädels, desto besser. Aber... Hm. Ich will aber jetzt auch keine Familie auseinanderreißen. Ah, ha, 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 ha. Eh, Lulu. Da hinten sind Wölfe. Werkzeug wird noch erforscht. Holzverkleidete Wasserreservoirs. Brauchen wir nicht zwingend. Lagerflächen sind, glaube ich, ganz cool. Und Bestattungswesen. Hm. So. Dann machen wir mal ein bisschen schneller hier. Wir hätten hier einen Brunnen. Oh. Ingenieurshütte. Jetzt geht's los. Machen wir erstmal eine hier hin. Steinhütte. Und eine zweite Ingenieurshütte. Hier hinten. Drehen. So. Zwölf Erwachsene. Da. Ach Gott. Faul. Warum? Faul. Nee. Ein Fauler. Nee. Du wirst. Ja komm. Du fauler Hund. Du wirst. Mit. Mit der Verfressenen da. Mit der Verfressenen da. Mist, Mist, Mist. Das ist überhaupt keine gute Kombi. Faul und Gourmet. Aber noch haben wir nicht die große Auswahl. Ich könnte aber auch vielleicht mal noch einen weiteren Brunnen hier hinten machen. So. Wasserrestaurant. Wasserrestaurant. Wir machen noch ein Restaurant. Rang. Äh. Wirtshaus. Drehen. So. Gebäude. Was hatten wir jetzt gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Ähm. Lagerflächen war es nicht. Keine Ahnung. Mehr tragen. Speiseöle. Holzofen geht auch noch nicht. Kalender. Ah ja gut. Gehen wir. Gehen wir auf Kalender. Du hattest nichts. Gibt es irgendwelche Sachen? Welche Männer hier, die gerade nicht verliebt sind. Oh, Ingenieurshütte ist fertig geworden. Okay. Ingenieure. Another happy worker. Jawoll. So. Wo sind die ganzen Mädels? Kurz langsamer machen. Ah. Nicht alle auf einem Haufen rum. Rum turnen, Mädels. Komm. Mit dir. So. Von der Liebe geküsst. Da ist noch jemand. Wo kommen die ganzen Kinder gerade her? Oh. Trittsicher. Trittsicher. Und du. Ihr passt perfekt zusammen. Da. 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 Alles wunderbar. Oh Gott. Nahrung sieht ja echt mal. Bescheiden aus. Äh. Wo ist unser Essen? Was macht ihr? War der Winter zu schlimm? Stick Willy. Wo bist du? Na endlich. Der geht auf Arbeit. Oh. Verflixt. So. Ich will jetzt sehen, dass du Fische fängst. Kollege. Achja. Und die Folge ist mal wieder zu Ende. Tschüss und ciao. Bye bye. Bye bye.